Aufnahme läuft, Freunde. Was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Video geht es um den Beast Mode. Das ist der Zeitraum, wo ich Aufgaben abarbeite, wo ich so ein paar Pflichtaufgaben mache. Wobei, ja, es sind auch ein paar Kernaufgaben dabei. Aber das ist die Zeit, wo ich Gas gebe und das ist meistens so zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr, 12 Uhr. Und so war es heute. Also zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr. Vier Stunden. Ja, vier Stunden habe ich heute Gas gegeben. Ich war schon 6.45 Uhr hier, habe aber dann noch Sport gemacht, bei E-Mails gecheckt und so weiter. Und dann ging es auch schon in den Beast Mode. So, was habe ich alles gemacht? Zuerst einmal habe ich ein Newsletter geschrieben. Ich habe ein Newsletter geschrieben, den dann an Veronika delegiert, der dann auch ein paar Stunden später wahrscheinlich schon rausgegangen ist jetzt, wo ihr dieses Video seht. Dann habe ich ein Video aufgenommen zum Thema E-Mail-Marketing. Das Video ging eine Viertelstunde ungefähr für die Teilnehmer der Business Bootcamp Academy, wo ich einige Tipps zum Thema E-Mail-Marketing gegeben habe. Das habe ich aufgenommen und direkt schon einen Post gemacht in der Facebook-Gruppe. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Livestream durchgeführt. Also jetzt ist nicht mehr ganz die chronologische Reihenfolge. Ich habe einen Instagram Livestream durchgeführt, der ging ungefähr 30 bis 40 Minuten. Dann habe ich noch ein Video aufgenommen für den YouTube-Kanal Hollywood Kelvin, um die Serie aufrecht zu erhalten. Also es war quasi mein gestriges Video. Jetzt nehme ich auch wieder ein Video auf, aber jetzt haben wir schon 14 Uhr. Das habe ich jetzt noch nachträglich gemacht, also außerhalb von Beast Mode. Dann hatte ich ein Meeting mit der Katharina. Ging nicht lange, 15 Minuten. Die war kurz hier. Dann hatte ich ein Meeting mit LinkedIn Learning. Das ging ungefähr 20 bis 30 Minuten. Das war online, Zoom. Und dann habe ich noch ein Intro aufgenommen für ein Video für den Business Bootcamp Academy-Kanal. Da laden wir ein Video hoch von der Podcast-Aufnahme. Also das Video war schon da. Ich habe nur das Intro aufgenommen und habe das dann an Luca delegiert. Genau. Und das alles sind vier Stunden. Also dazwischen war immer wieder mal Social Media. Also ich habe auch einen Social Media Post gemacht. Ich glaube, ich habe sogar zwei Social Media Posts gemacht. Stimmt. Ich habe einen auf Facebook gemacht, einen auf Instagram. Das habe ich auch noch vergessen. Ich weiß, dafür brauchen andere länger, aber das bei mir geht jetzt relativ schnell. Und ich habe mit Sicherheit auch noch einiges vergessen, was noch zwischendrin war. Und ja, im Beast Mode meistens hier oder oft auch Kopfhörer auf. Und dann wird das erledigt. Immer wieder mit Pausen zwischendrin. Also ich mache eine Tätigkeit. Kurz Pause. Mal wieder einen Shake machen. Nein, einen Shake hatte ich heute noch gar nicht. Den mache ich mir gleich. Auch mal wieder was zu trinken holen. Toilette gehen. Kurz WhatsApp ein bisschen. Telegram. Ja. Und dann war das durch. Wobei ich muss zugeben, der Livestream war nach 12 Uhr 30. Da war 12 Uhr 45. Da habe ich den Livestream durchgeführt. Bis kurz nach 13 Uhr. 13 Uhr 15. Genau. 12 Uhr 15 habe ich den Livestream etwa gestartet. Ja. Also heute eher zwischen 8 Uhr 30 und 13 Uhr. Und so sehen meine Tage aus. Wenn ich jetzt in morgen, also ich habe mir hier übrigens, seht ihr meine Notizen mit Asana. Das, was ich gemacht habe. Wie gesagt, habe ich ein bisschen was vergessen. Und morgen nehme ich wieder ein Video auf. Für den Daily Vlog. Morgen nehme ich eine Podcast-Aufnahme auf. Das sind meine einzigen zwei To-Dos, die ich drin habe. Okay. Das ist Pflicht. Und warte mal. Ich gehe mal zurück. Nochmal. Und dann habe ich morgen Community-Frühstück. Halbe, dreiviertel Stunde. Meeting Katharina. Team-Meeting. Also morgen eineinhalb Stunden Team-Meetings. Und dann mittags. Oder nee, Entschuldigung. Abends der Twitch-Livestream von Nummer 90 Minuten. Das ist so mein Plan. Genau. Also viele Meetings. Meetings und Content Creation. Das ist so. Ja. Und jetzt ist 14 Uhr. Heute Abend ist um 17 Uhr Live-Coaching dein eigenes Business. Das heißt, ich habe jetzt noch drei Stunden Zeit. Gucken wir mal. Vielleicht nochmal Sonnenbank. Bisschen lesen. Ein Shake machen. Vielleicht ein bisschen zocken. Beobachten. Videos schauen. Social Media. Mal gucken. Das Wetter ist auch schön. Nee, aber wandern gehe ich heute nicht. Ah, ich wollte noch mir Haargel holen. Seht ihr? So kleinen Kram. Gucken wir mal. Habe ich aber jetzt gerade keine Lust. In diesem Sinne, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Zu einem erneuten Beast-Mode.